Wie spät ich noch? Viertel vor zwei. Warte, 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 das fängt jetzt zu einem, oder? Wir können ja weitergehen. Ja, toll. Ja, da sind wir kürzlich gelaufen. Da sind wir auch ganz lange unterwegs gewesen. Da waren wir damals mit allen. Relativ dicht vor schon. Und wir hatten dann gedacht, dass das dann...